Willkommen! Jetzt habe ich wirklich was Besonderes für Sie. Und zwar das Modell Zorro von Sören. Ein Esstisch, Schreibtisch, eine Konsole in Wildeiche geölt und leicht gebeizt. 2,60 Meter lang, 60 Zentimeter tief, 76 Zentimeter hoch. Zorro gibt es in unterschiedlichsten Formen hier. Oder in einer Multiplex-Platte oder nicht Multiplex, sondern Multi-Holz-Platte und tiefer. Der Kunde hat sich halt das so bestellt. Stimmt das? Ja, es ist ein Kundenstörner. So bestellt. Was kann man damit machen? Sie können damit alles machen. Das Ding ist sacklich stabil. Es wäre ein wunderbarer Schreibtisch mit viel Platz. Nicht zu tief, aber viel, viel Platz für Leute, die viele Vorgänge auf einmal haben. Es ist auch ein Tisch zum Besprechungen machen. Aber Achtung, hier hinten hat es ein Brett zur Versteifung. Deshalb besser doch Schreibtisch. Oder ein Sideboard, wo man noch was darunter stellt. Zum Beispiel Metallcontainer, um es modern zu machen. Oder eine Konsole, um was draufzustellen. Also eine Multifunktionsgeschichte. Zorro von Sören. Ein Kundenstörner, 2,60 Meter auf 60. Brauchen Sie sowas? Dann schauen Sie nach. Toppreis, Topleistung. Sören Tafels Zorro. Dankeschön und Tschüss.